Herzlich Willkommen zu Urknall Weltall und das Leben und zu einem Thema, das die Geister scheidet. Starlink, diese Initiative, die mittels einer Schar an Satelliten Hochgeschwindigkeits-Internet anbieten wollen, flächendeckend dann in der Endausbaustufe. Die einen, naturgemäß, fürchten diese Geschichten, weil wir so schon genügend Probleme haben mit Weltraumschrott da draußen und insbesondere die Astronomengemeinde, die sieht natürlich schon hier ein bedrohliches Potenzial darin, jetzt in der ersten Stufe bis zum Jahresende schon 1584 Satelliten hochzuschießen. Das wird ja dann immer sukzessive immer weiter ausgebaut, im ersten großen Schritt dann hin bis zu 12.000 Satelliten und dann ist die Rede in einem Endausbau bis zu 40.000 Stück, die da draußen ihre Bahnen ziehen sollen. Da machen natürlich viele Kollegen schon dicke Bocken. Und wir haben hier in unserer Gemeinschaft, in unserem Team, da sind wir ja hinsichtlich Elon Musk und diesen Privatinitiativen, da gibt es ja schon unterschiedliche Meinungen auch. Das kam ja in einigen Videos schon deutlich zur Sprache. Aber speziell jetzt, wenn es um dieses Starlink geht, da sind wir doch schon alle sehr skeptisch. Sehr skeptisch. Wir wollen aber jetzt hier keine Meinung machen, das ist ja grundsätzlich unser großes Ziel, dass wir nicht Meinungen, dass wir nicht als Influencer auftreten, irgendwie verbreiten, sondern dass wir informieren. Und genau das wird Peter Kroll machen, in einem Heimspiel, aufgenommen natürlich in Sonneberg. Wer ihn mal persönlich kennenlernen will, kann ja dort mal hinfahren, in das Museum dort, in das Astronomie-Museum. Sehr lohnend, hatten wir auch schon eigene Beiträge dazu, was es dort alles zu sehen gibt. Und er wird die Vor- und Nachteile mal beleuchten, worum geht es überhaupt in der ganzen Sache, was fürchten die einen, was erhoffen sich die anderen. Und dann können sie sich eine eigene Meinung bilden. Das ist viel wichtiger. Hier im Hintergrund wollte ich Ihnen noch ein Bild zeigen, weil man stellt sich immer die Frage, wie sollen denn so viele Tausende an Satelliten da hochgeschossen werden? Ja, das Schöne daran ist, die sind erstmal so gewissermaßen zusammengefaltet. Die sind relativ platt, dann lassen sich die stapeln. Sie sehen hier zwei große Stapel, das sind dann 60 Stück, die jetzt hier in einer Kapsel auf einer Falcon 9 montiert sind. Und im Endausbau falten sich die dann auf und werden in ihre Position dann verbracht. Aber auf die Art und Weise können sie natürlich gleich mal hier fünf Dutzend auf einen Streich hier hochjagen, gewissermaßen. Aber jetzt rede ich schon wieder viel zu viel über die Details. Peter Kroll wird das alles machen. Mir wird es viel besser können, also ich wünsche Ihnen viel Vergnügen dabei. Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, hier im Astronomie-Museum zur nächsten aktuellen Astro-Stunde. Die letzte hatten wir im Februar, da ging es um den Ausbruch, nein, nicht um den Ausbruch, um das große Minimum des Riesensterns Betalgeuze. Und heute die zweite aktuelle Astro-Stunde widmet sich auch einem aktuellen Thema, was also vielen schon aufgefallen ist, es tut sich was am Sternenhimmel. Und zwar sehen wir seit einigen Monaten auffallend viele Lichtpunkte hin und her flitzen. Und deshalb heute das Thema Starlink macht Elon Musks Satellitenflotte den Sternenhimmel und die, in Klammern, bemannte Raumfahrt kaputt. Und bevor wir in das Thema Starlink eintauchen, ein paar Vorbemerkungen. Und zwar wollen wir uns zunächst mal die Frage stellen, wieso können wir Satelliten eigentlich sehen? Gehen wir erst mal auf die Erde runter oder in den erdbodennahen Raum und nehmen ein Flugzeug. Hier habe ich mal als Beispiel für ein großes Flugzeug, ein Jumbo, die 747 für das SOFIA-Teleskop dargestellt. Also so ein Flugzeug, so ein großes, ist ungefähr 50 Meter lang. Und wenn so ein Objekt 50 Kilometer entfernt ist, dann sehen wir es also unter einem Winkel von 50 Meter durch 50 Kilometer, 1 zu 1000. Das sind also ungefähr drei Bogenminuten. Und die räumliche Auflösung des menschlichen Auges beträgt ungefähr ein bis zwei Bogenminuten. Also wir sind in der Lage, dieses Teil in großer Entfernung bei entsprechendem Kontrast als Pünktchen zu erkennen. Und das ist mitunter im Winter recht auffallend, wenn man bei einer entsprechenden Wetterlage blauen Himmel hat. Und dann sieht man manchmal, oder sah man, die Flugzeuge sind ja deutlich weniger geworden, sah man viele Kondensstreifen und an der Spitze des Kondensstreifens war immer so ein kleiner Punkt. Das ist also das Flugzeug. Das heißt also, bei diesen Sichtwinkeln können wir das gerade noch erkennen und die Kondensstreifen, diese Stummel meistens, die helfen uns, das aufzufinden. Wie ist das bei den Satelliten? Hier mal als Beispiel das Hubble Space Telescope. Die sind in der Größe sehr unterschiedlich. Also es gibt wirklich kleine Satelliten bis runter zu 10 mal 10 mal 10 Zentimeter, die sogenannten Cube-Sats. Die kann man überhaupt nicht mit bloßem Auge sehen, aber rechnen wir mal die größeren Satelliten. Irgendwie ab 2 Meter bis, sagen wir mal, 20 Meter. Also das Hubble-Teleskop ist irgendwie 12, 13 Meter lang, um mal so einen Vergleich zu haben. Und die Entfernung zu diesen Objekten, der sogenannte erdnahe Raum, das sind also wenigstens ungefähr 300 Kilometer Höhe. Also wenn ein Satellit nur noch 200 oder gar 150 Kilometer hoch ist, dann ist er also sozusagen auf abstürzender Bahn. Aber sicher ist man noch in 300 Kilometer Höhe und, sagen wir mal, bis 1000 oder 2000 Kilometer. Wenn ich das also in Beziehung setze, dann beträgt der Sichtwinkel auf ein solches Objekt nur noch dieses Verhältnis. Und entsprechend der Winkel, ausgerechnet in Bogensekunden nunmehr, also unter einer Bogensekunde bis, naja, eine Viertelbogenminute, ist also auf jeden Fall mit dem bloßen Auge nicht erkennbar. Aber wir sehen sie ja trotzdem. Und warum sehen wir sie? Nun, wir sehen sie des Nachts, weil sie, oder solange sie, von der Sonne beleuchtet werden und dieses Licht, was wir empfangen, eben direkt, also spiegelartig zu uns reflektieren oder eben diffus streuen. Wie also ein Körper, der Licht empfängt, eben auch, wenn er viele Flächen hat, die diffus in alle Richtungen verbreitet. Ja, und das bedeutet, wir können nachts unter gewissen Umständen Satelliten sehen. Das ist der eigentliche Hintergrund. Das ist praktisch wirklich ein Kontrastproblem. Wir sehen also diesen beleuchteten Punkt hinter oder neben einem dunklen Himmel, genauso wie wir auch Sterne sehen können. Also Sterne sind ja auch so weit weg, obwohl sie sehr riesengroß sein können, aber sie sind so weit weg, dass man sie mit dem bloßen Auge nicht als Scheibe sehen kann. Aber trotzdem sehen wir sie einfach, weil das Kontrastverhältnis so groß ist. Die grundsätzliche Beleuchtungssituation, um Satelliten sehen zu können, ist folgende. Wir haben also die Sonne als Lichtspender, strahlt in alle Richtungen und auch Richtung Erde. Und die Erde hat hier einen irgendwie weit in den Weltraum verjüngten Schatten. Hier draußen wäre dann irgendwo der Mond, der also hier auch noch durchgehen kann und eine entsprechende Finsternis erzeugen kann bei bestimmten Konstellationen. Ja, und hier um die Erde, das ist jetzt ein ziemlich weit entfernter Satellit, ist bloß symbolisch. Der kreist also um die Erde. Zuweilen ist er auch mal im Erdschatten. Hängt ein bisschen von der Entfernung von der Erde ab. Schauen wir uns das mal genauer an. Hier habe ich also mal eine Skizze gemacht. Jetzt idealisierterweise Blick sozusagen von oben auf den Nordpol. Hier sei der Nordpol, die Erde dreht sich so herum. Und von rechts, von ganz weit weg, kommen also hier die Sonnenstrahlen an. Das ist also praktisch sozusagen die von oben sichtbare Scheibe der Erde. Und wir haben hier verschiedene Punkte auf dem Erdequator. Und hier sind jetzt mal eingezeichnet zwei Bahnen von Satelliten. Einen niedrig fliegender und einen etwas höher fliegender. Ja, und für verschiedene Positionen S1 bis 3, S4 und S5 habe ich hier mal ein paar Positionen eingezeichnet. Und, und jetzt ist es entscheidend, die Frage, wo sich ein Beobachter befindet. Nun, wenn wir uns hier auf der Tagseite befinden, dann ist klar, dass wir, weil die Sonne am Himmel steht und es hell ist, natürlich keine Satelliten sehen können. So, mit der Erddrehung bewegen wir uns, sagen wir mal, hier bis zum Punkt B1, also Beobachterposition 1. Das heißt, die Sonnenstrahlen kommen hier gerade vom Horizont. Das heißt, die Sonne geht gerade unter für diesen Punkt. Da ist der Himmel immer noch so hell durch die Dämmerung, dass wir nichts sehen. Aber ein Stückchen weiter, wenn die Erde sich weitergedreht hätte, wir sind bei B2. Wir liegen also schon im Schatten. Es ist schon dunkel geworden, die Dämmerung ist vorangeschritten. Es wird also Nacht. Dann sehen wir natürlich folgende Satelliten, nämlich S1, S2, S4 und S5. Weil von hier aus, das ist hier die Horizontlinie hier, H2 ist die Horizontlinie, also sozusagen die Tangentialebene an diesem Punkt. Diese Satelliten sind alle sichtbar, weil A, der Beobachter im Schatten ist und B, die Satelliten noch beleuchtet sind. Natürlich bewegen sich die Satelliten, aber wir nehmen jetzt mal diese Position hier als fest an. Dann ein Stückchen weiter hier, ein paar Stunden später, oder eine Stunde später, sagen wir mal, ist der Beobachter hier zu dieser Position gewandert, der Horizont entsprechend weiter hier. Das heißt, der Satellit ist nicht mehr sichtbar. Der würde gerade unter oder aufgehen, aber die beiden sind noch sichtbar. Ja, und bei B4, tief in der Nacht oder tiefer in der Nacht, sind nur noch hochfliegende Satelliten zu erkennen. Und wenn wir richtig, um Mitternacht sozusagen, dann sind auch diese Satelliten unter dem Horizont. Natürlich gibt es noch höherfliegende, große Satelliten, die man sehen kann. Wobei natürlich man beachten muss, dass je höher die Bahn des Satelliten ist, also je weiter weg er von uns ist, umso lichtschwächer ist er natürlich auch, weil das Licht zwar hier, das Sonnenlicht hier gestreut wird, aber sich dann natürlich auch wieder mit 1 durch R² in alle Richtungen, also 1 durch R² von der Intensität her in alle Richtungen streut. Das heißt also, sagen wir mal hier, fünffache Entfernung, dann also nur noch ein 25. Licht im Vergleich von der zu der Bahn. Okay, jetzt gibt es noch einen wesentlichen Punkt, und zwar die Beobachtungsbedingungen im Sommer und im Winter. Hier ist nochmal die Konstellation aufgezeichnet, also hier in der Richtung geht es irgendwo zur Sonne. Ich habe jetzt also hier mal eingezeichnet, die Kippung der Erdachse, das ist also die Position zu Sommersanfang. Wir wissen, gegen die Erdbahnebene, die Ekliptik-Ebene, ist die Äquator-Ebene ungefähr 23,5 Grad geneigt, und deswegen ist also auch die Polachse, also die Rotationsachse der Erde entsprechend geneigt. Ja, und hier habe ich jetzt mal in ungefähr 50 Grad geografischer Breite, nördlicher Breite, die Position von Sonneberg eingemalt, also ist natürlich der ganze Bereich hier irgendwie Deutschland und Europa hier. Und da sieht man, dass also im Sommer, weil wir selbst, das ist die Position von Sonneberg um Mitternacht, da sind wir also gerade mal so im Schatten drin, wer schon mal nördlicher war, also die meisten von uns wären schon mal nördlicher als Sonneberg gewesen sein, also jetzt Nordsee, Ostseeküste oder Dänemark oder Schweden, dort ist dann die Dämmerung noch krasser, weil dann die Positionen hier sind, das heißt also, man ist nur ganz wenig im Schatten und der Himmel ist noch so hell, dass man auch nichts sieht. Aber bei uns sieht man um Mitternacht praktisch alle diese Satelliten, die sich also hier in diesem Raumbereich befinden. Hier ist dann schon der Schatten und das, wer das schon mal gesehen hat, wer die ISS schon mal gesehen hat, also die ISS ist eigentlich nicht zu übersehen und es gibt also im Internet verschiedene Quellen, wo man nachschauen kann, wann die ISS vorbeikommt. Die sieht man also im Westen irgendwie auftauchen, als wirklich heller Stern, so hell wie die Venus manchmal zu sehen ist, fliegt hier über den Himmel und verschwindet dann plötzlich, also geht nicht unter im Osten, sondern verschwindet dann im Erdschatten. Das geht auch nicht schlagartig, weil aufgrund der Erdatmosphäre ist das ein bisschen diffus. Und also innerhalb von wenigen Sekunden verschwindet dann der Satellit im Schatten und ist dann nicht mehr zu sehen. Die andere Konstellation haben wir im Winter. Die Erdachse ist ja im Raum stabil, das heißt wir haben eine halbe Umdrehung auf unserer Bahn um die Sonne gemacht. Die Sonne steht jetzt also in der Richtung. Gut, die Neigung ist die gleiche. Ja, und jetzt sind wir auch wieder 50 Grad nördliche Breite an dieser Position in Mitternacht. Das heißt also tief in der Nacht, tief im Erdschatten drin. Folge davon ist, dass wir also wirklich mit Glück nur noch hochfliegende Satelliten sehen können um diese Zeit. Also wahrscheinlich praktisch keine Satelliten. Man kann Glück haben, zur Dämmerung befinden wir uns also auch natürlich irgendwann, natürlich nicht am Nordpol, also man muss sich das dreidimensional vorstellen. Wenn wir also hier in den Erdschatten eintauchen, dann sehen wir natürlich, können wir auch einen Wintersatelliten sehen, aber diese Zeit ist ein bis zwei Stunden maximal, dann sind keine Satelliten mehr zu sehen nach Sonnenuntergang beziehungsweise vor Sonnenaufgang, ein bis zwei Stunden, in denen man Satelliten sehen kann. Okay, das also zu den Beobachtungsbedingungen, unter denen man überhaupt Satelliten sehen kann. Vielleicht noch ein Wort zu verschiedenen Bahnen und Bereichen. Die Satelliten, um die es heute geht, also die von Starlink, das sind alles Satelliten im Leo-Bereich, im Low-Earth-Orbit-Bereich, also in den Bahnen mit geringer Höhe. Das ist also alles das, was hier sehr nah um die Erde kreist, also so 200 Kilometer bis 1000 oder 2000 Kilometer. Die Umlaufszeit ist ungefähr 90 Minuten. Und wenn die jetzt auf höhere Bahnen haben, dann kann das auch schon zwei Stunden oder länger als zwei Stunden dauern. Im Gegensatz dazu haben wir weit draußen, das ist also hier im richtigen Größenverhältnis dargestellt, also Radius der Erde zu diesen Bahnen, das stimmt also ungefähr. Hier draußen sind die geostationären Satelliten. Deren Umlaufszeit, daher geostationärer Orbit, ist also 24 Stunden. In 24 Stunden umlaufen die einmal die Erde und da sich die Erde mit der gleichen Geschwindigkeit dreht, haben wir also einen geostationären Satelliten mehr oder weniger immer genau über uns. Oder an einer anderen Position dann nie über uns. Also er bleibt, bezogen auf die Erdoberfläche, immer ungefähr an der gleichen Position. Ja, dazwischen gibt es noch die MEOS, also die Medium Earth Orbits. In diesem Bereich, also bei ungefähr 20.000 Kilometer Höhe, Umlaufszeit 12 Stunden. Das sind die Bahnen, die die GPS-Satelliten zurücklegen. Die sind also dort ziemlich weit draußen, interessieren uns also heute auch nicht. Ich habe noch zwei andere Bahnen hier eingezeichnet. Das eine ist diese große Ellipse, das ist ein sogenannter Molnier-Orbit. Auch ungefähr zwölf Stunden Bahnumlauf. Das ist eine Bahn, die die Sowjetunion oder Russland jetzt auch noch betreibt. Und zwar aufgrund dieser großen Ellipse, also dieser hohen Elliptizität. Und des zweiten Keplerischen Gesetzes, wonach also Körper, die eine zentrale große Masse umkreisen, sich in der Nähe viel schneller bewegen als weit weg, heißt das, dass auf diesem Teil der Bahn sie sehr lange unterwegs sind, also von den zwölf Stunden, sagen wir mal neun Stunden und dann innerhalb von zwei, drei Stunden hier an der Erde zack vorbeisausen und dann wieder langsam werden. Das heißt, sie sind, wenn man das geschickt macht, über einem Gebiet der Erde dann lange Zeit sichtbar. Also sichtbar im Sinne von, man kann mit ihnen kommunizieren. Und dann hier nochmal ein sogenannter Transfer-Orbit. Das sind also Bahnen von Satelliten, die jetzt, sagen wir mal, auf eine geostationäre Bahn geschossen werden wollen. Bevor die dort oben ankommen, werden die also auf der Erdoberfläche gestartet mit einer Rakete und gelangen zunächst auf einen erdnahen Orbit. Und dann zündet nochmal der Raketenantrieb, obwohl es hier, sagen wir mal, eine Kreisbahn ist. Und der beschleunigte hier auf so eine Ellipsenbahn und der Satellit würde dann natürlich wieder zurückkehren, wenn er hier so mehr Schwung gekriegt hat. Aber hier oben zündet die Rakete nochmal und setzt ihn dann auf eine geostationäre Bahn. Ist eigentlich für Starlink nicht weiter erheblich, aber durch diese Manöver hier im erdnahen Orbit wird dort auch immer Treibstoff rausgeblasen. Und dieser Treibstoff, der ist also, der verschwindet nicht einfach, sondern es gibt auch kleine Teilchen, die dann zu dem allgemeinen Weltraumschrott beitragen. Zu dem Punkt kommen wir gegen Ende nochmal. Soweit das Vorgeplänkel, kommen wir nun zum eigentlichen Thema Starlink. Elon Musk, ein sehr umtriebiger Geschäftsmann und Unternehmer, hat schon viele Projekte der Welt beschert. Denken wir an die Elektroautos Tesla, denken wir an die Idee Hyperloop, also die Verbindung über evakuierte Röhren, um also schnell von einer Stadt zur anderen zu kommen, die also 1000 Kilometer auseinander liegen, schneller als das Flugzeug. Das sind alles ambitionierte Projekte. Und eines seiner ambitionierten Projekte ist eben SpaceX, die Firma SpaceX. Und die ist durchaus sehr erfolgreich. Sie hat also erst kürzlich Astronauten zur Internationalen Raumstation gebracht. Die Amerikaner sind also jetzt wieder in der Lage, mit eigenem, also mit amerikanischer Raumfahrttechnik ins Weltall zu starten und die ISS zu erreichen. Aber SpaceX und Elon Musk planen ein Satellitennetzwerk und das ist also in der Umsetzung voll im Gange. Und dieses Satellitennetzwerk soll, und jetzt gehen also die Quellen sehr auseinander, dort liest man das eine, dort liest man das andere und auch bei SpaceX selbst kriegt man nicht unbedingt genaue Zahlen. Also irgendwas, zunächst mal 12.000 Satelliten, aber es ist auch schon von 42.000 Satelliten in der Planung die Rede. Und das Ziel dieses Netzwerkes ist es, ein schnelles Internet überall auf dem Globus zu erreichen. Also die Satelliten umkreisen sozusagen in diesem Netzwerk die ganze Erde, also praktisch über jeden Punkt der Erde befindet sich dann ein Satellit und mit dem kann man sich dann verbinden. Das wird nicht einfach so von einem Handy ausgehen oder von einem Computer, sondern man braucht da irgendwie eine Art Terminal, eine Art kleine Bodenstation, die eine Antenne hat und die sich dann zu dem jeweiligen Satelliten, der sich über einem befindet, verbindet. Und dann die Information weiter schiebt zu dem nächsten Satelliten, bis die Information dort angekommen ist, wo sie wieder zum Boden runter geht. Also eigentlich eine tolle Sache. Und um das umzusetzen, sind also bisher schon mehr als 500 Satelliten in den Orbit geschossen worden. Das sind nämlich die, die wir sehen. Und es heißt, ab 1.000 Satelliten soll die ganze Sache schon profitabel sein. Weiß ich nicht, so ein Terminal soll irgendwie 800 Dollar kosten und die Nutzung irgendwie 80 Dollar im Monat. Also praktisch 1.000 Dollar im Jahr. Ist eine Hausnummer, aber wenn man irgendwo auf der Welt ist, wo man überhaupt kein Internet hat, ist das vielleicht ein bezahlbarer Preis. 1.000 Dollar im Jahr. Für einen durchaus leistungsfähigen Link. Also es geht ja nicht um ein paar Kilobit pro Sekunde, sondern schon mehr. Ja, bis Ende diesen Jahres sollen also 1.500 Satelliten gestartet sein. Und zunächst ist der Ausbau in den nächsten Jahren bis 4.400 Satelliten geplant. Um das zu erreichen bis Ende des Jahres heißt das, dass also jeden Monat 60 bis 120 Satelliten zu starten sind. Und mit den bisherigen Raketen, mit der Falcon 9, sind also immer in einem Paket gleich immer 60 Satelliten raufgeschossen worden. Und diese Pakete von Satelliten, die sich dann anschließend auf einer Bahn verteilen, das werden wir nachher auch noch sehen. Und es ist aber in Planung, dass mit weiteren Satelliten, mit stärkeren Raketen, ich komme jetzt nicht auf den Namen, dann bis zu 400 Satelliten gleichzeitig ausgesetzt werden können, damit also der Aufbau des Netzes schneller geht. Ja, und ein wichtiger Punkt, wenn man also die Satelliten da hochbringt, ist auch, und darauf sind die Starlink-Leute stolz, ein automatisches De-Orbiting, kaputter oder eben nicht mehr leistungsfähiger oder verbrauchter Satelliten, oder wenn der Treibstoff zu Ende ist, dass sie immer Treibstoff brauchen, sehen wir dann gleich. Und das heißt also, De-Orbiting bedeutet, man nimmt noch einen, also entweder lässt man sie einfach fliegen, bis sie durch die Reibung der Erdatmosphäre von alleine runterfallen, oder man nutzt noch einen Rest Treibstoff so, dass sie also gezielt zum Absturz gebracht werden und dann in der Erdatmosphäre verglühen. Ja, dieses Satellitennetzwerk will ich nochmal etwas genauer vorstellen. Also hier auch nochmal in der richtigen Skalierung, Erdradius, und hier so nahe eigentlich noch, sind diese beiden Bahnregionen, die SpaceX, also die Starlink benutzt. Das ist einmal die Parkbahn in 380 Kilometer Höhe und dann die Arbeitshöhe von 550 Kilometern. Also die Bahnneigungen gegenüber der Äquator-Ebene sind ungefähr 60 Grad, da sehen wir nachher noch ein Bild, wie man sich das dann vorstellen muss. Und die Bahnhöhen, also 380 Kilometer ist die sogenannte Parkbahn. Dort werden sie also, also sie werden in 300 Kilometer Höhe ausgesetzt und dann gehen sie auf 380 Kilometer, dort warten sie sozusagen, bis für manche Verteilung die Konstellation günstig ist, die Zeit günstig ist und dann werden sie angehoben auf die Nominalposition in 550 Kilometer Höhe. Also Position heißt, die Bahnhöhe, natürlich bewegen sie sich immer um die Erde. Es war auch mal vor Monaten noch von einem weiteren Bahnregion in 1500 Kilometer die Höhe, die Rede. Später irgendwann sollen auch nochmal in 300 Kilometer Höhe Polarbahnen hinzukommen. Also wir werden gleich sehen, durch diese Bahnneigung 60 Grad erreicht man natürlich nicht die Polregionen. Nun kann man sagen, okay, ich weiß es nicht, 95 Prozent der Erdbevölkerung oder gar mehr wohnt zwischen minus 60 Grad oder zwischen 60 Grad südlicher und 60 Grad nördlicher Breite. Wer noch nördlicher wohnt, hat halt Pech sozusagen. Kann das Netz nicht nutzen, aber wenn man natürlich Polarbahnen einsetzt, die natürlich über die Pole fliegen, dann haben die auch entsprechendes Netzwerk. Ja, und das Ziel ist halt, neben dem Verbinden solcher Regionen, die normal kein Netzwerk haben, also kein 4G oder 5G demnächst wie wir hier, also kein Funkanschluss oder auch kein Kabelanschluss, dass man dort halt ein Netz aufbaut mit geringen Netzwerklatenzen. Und das heißt also, das geht hoch zum Satellit, zum nächsten Satellit und dann wieder runter. Das ist also ein Ziel, geringe Netzwerklatenzen. Und wie macht man das? Ach so, ja, so sehen die Satelliten aus, um mal eine Vorstellung zu haben. Das ist also so ein Satellit in Betriebsposition. Das ist also praktisch, ich habe kein richtiges Modell und so genau sieht man das nicht, also praktisch, das ist der Satellitenkörper und dann steht also hier das Solarpanel so drauf und so fliegt es also um die Erde in der Position, in der es also on Station ist, das heißt also in 550 Kilometer Höhe und die Unterseite hier, die zeigt zur Erdoberfläche runter und hier unten sind also die Antennen drauf, die also mit der Erdoberfläche kommunizieren. Und an der Seite sind dann die Laserteleskope drauf, die dann also zu anderen Satelliten die entsprechenden Daten links machen. Da muss es ja von einem Satelliten zum nächsten weiter routen. Hier sind mal zwei Satelliten zu sehen, also solche Konstellationen wird man in echt nie sehen, so nah beieinander, also um eine Größe zu haben, genau habe ich nicht gefunden, das dürften also ungefähr so zwei, drei Meter sein. So ein ganzer Satellit wiegt ungefähr 200 Kilogramm, 250 Kilogramm, das heißt das hier sind ungefähr 10, 15 Meter und das hier so zwei bis drei Meter. So groß sind also die Solarpaneele. Und hier haben wir die nächsten Satelliten und dahin gibt es dann weitere, so nahe kommen die sich eigentlich nie, wenn sie sich so nahe kommen, ist das fast schon ein Zusammenstoß. Es wäre ohnehin ein Schnappschuss sozusagen. Die sind natürlich verglichen mit der ganzen Region um die Erde viel weiter auseinander. Ja und so verteilt sich das beispielsweise über den Erdball. Hier habe ich also, Rot sollen also ein paar Satelliten sein und wir haben jetzt also hier verschiedene Stationen A, B, C auf der Welt und wenn jetzt also A mit B kommunizieren will, sagen wir mal B oder am Anfang A mit B, dann weiß dieses Terminal bei A, wo ist der nächste Satellit, verbindet sich zu dem und der merkt dann, aha, wo soll es weiter hingehen, die Daten, aha, nach B, das heißt er routet dann die Daten hier lang, dann war, was weiß ich, der nächste verfügbare hier, hier, hier und auf diese Weise geht das also schnell zu B und dort wird es wieder runtergefunkt. Ein paar, ja, Minuten später oder sagen wir mal eine halbe Minute später ändert sich diese ganze Konstellation, weil es die Satelliten ständig in ihrer gegenseitigen Lage verändern. Sie bewegen sich ja ständig um die Erde auf Kreisbahnen, jeder für sich. Und im nächsten Moment ist vielleicht das hier die kürzeste Route, um also zwischen A und B zu kommunizieren. Oder zwischen B und C irgendwie hier lang. Und wie gesagt, das ändert sich permanent. Das ist also eine logistische Herausforderung, aber per Computer ist das eigentlich relativ klar, wie man das so lösen kann. Ja, schön und gut, tolles Netzwerk, ne? Warum kümmert uns dieses Netzwerk? Und damit kommen wir so langsam zum eigentlichen Problem des Ganzen. Und diese Satelliten, weil sie so nah an der Erde sind und eben so aufgebaut sind, wie sie aufgebaut sind, sind relativ hell. Wir haben also selber gesehen, und das war wohl auch eine Überraschung, angeblich oder vielleicht wirklich für die Ingenieure von Starlink, sind die Satelliten viel heller, als man erwartet hat. Und wir haben das also selber schon gesehen. Erste bis zweite Größe, manchmal auch dritte Größe, aber sie sind so hell, dass sie praktisch mit den hellsten Sternen konkurrieren können. Und wenn man also mehr als ein Satellit gleichzeitig sieht, also nicht nur eine Kette, manche fliegen die auch nebeneinander, und so etwa in gleicher Geschwindigkeit, und man schaut dahin, da weiß man gar nicht, was ist jetzt eigentlich Sternbild und was ist Satellit. Nach ein paar Sekunden löst sich das schon auf, weil man ja irgendwie Sternbilder kennt. Aber das ist also ziemlich verwirrend. Ja, und das ist also der Fall, wenn die auf diesem Park-Orbit sind, in 380 Kilometer Höhe. Später, wenn sie also angehoben sind, auf die On-Station-Orbits in 550 Kilometer Höhe, dann sind sie natürlich lichtschwächer. Das ist klar. Aber auch dann sind sie noch zu sehen. Habe ich selber gesehen, bei wirklich dunklem Himmel. Es ist mir aufgefallen, da ging also ein relativ schwacher Satellit, fünfte, sechste Größe, irgendwie am Himmel entlang. Nun hätte das natürlich irgendeiner sein können. Aber ungefähr 30 Grad später kam noch so einer. Und dann kam noch einer. Und dann kam noch einer. Und dann dachte ich, aha, das ist also Starlink auf hohen Bahnen. Also eindeutig dadurch zu identifizieren. Und es ist immer noch zu sehen mit bloßem Auge. Gut, es stört nicht so wirklich, wenn man jetzt den Himmel anschaut und sich orientieren will. Das stören nur die Hellen. Aber die Schwachen sind bei Weitem nicht mehr zu sehen. Ja, und was auch aufgefallen ist, und das haben wir auch schon gesehen. Zusammen hier mit verschiedenen im Raum haben wir darauf geachtet, bei manchen, ja, an manchen Tagen, wenn also so eine frisch gestartete Teilflotte wieder unterwegs ist, dass es sogenannte Flares gibt. Also Lichtausbrüche, Lichterscheinungen, also ein Aufleuchten für eine Sekunde, manchmal ein bisschen länger, fast bis zur Venushelligkeit, also minus vierte Größe. Ja, und man sieht halt diese Satellitenketten, und inzwischen hat man sich schon ein bisschen daran gewöhnt, aber als ich dieses erste Mal gesehen habe, das war schon irgendwie verstörend, wenn da so eine Kette alle so fünf bis zehn Grad auseinander anmarschiert kommt. Das sieht schon irgendwie eigenartig aus. Ja, und natürlich stört das auf astronomischen Aufnahmen, wenn die zufällig durchs Gesichtfeld wandern. Und ja, was kümmert uns das? Wenn das jetzt schon so ist, was soll das dann erst werden? Bei der schieren Anzahl, die später irgendwann mal in Aussicht gestellt ist. Und das ist, glaube ich, das Problem dabei. Hier haben wir mal als Beispiel eine Aufnahme einer unserer All-Sky-Kameras auf dem Dach. Was man hier sieht, ist sozusagen der gesamte Himmel über Sonneberg. Hier zur Orientierung der große Wagen. Hier ist der Polarstern. Hier haben wir den Mond, der überstrahlt alles ein bisschen. Und obwohl der Mond so gut zu sehen ist, sehen wir also hier diese Striche. Nun muss man dazu sagen, diese Aufnahme ist 20 Sekunden lang belichtet. Das heißt, in diesen 20 Sekunden hat sich der Satellit von da nach da, der von da nach da und so weiter bewegt. Und ich werde gleich eine kleine Animation zeigen. Da sieht man dann, wie sich das bewegt. Unter bestimmten Umständen sieht das dann auch so aus. Das heißt also, unter gewissen Konstellationen reflektiert die Unterseite des Satelliten so stark, das Sonnenlicht, dass das also hier, hier zum Vergleich ist Sirius. Sirius ist der hellste Stern im Himmel. Also man muss sich mal verdeutlichen, wie das für eine, also das ist Sirius und ist 20 Sekunden lang belichtet. Und das hier ist also eine Sekunde belichtet und viel, viel heller. Also das muss also extrem hell gewesen sein. Nicht ganz so hell wie der Mond, okay, aber also auffällig. Das ist entsprechend diese Nacht. Wir werden gleich sehen, da kam die ISS durch und jetzt geht es los hier. Diese ganzen Ketten und man sieht das also so schön aufleuchten. Und auch später, was jetzt immer hier so kommt, das sind auch alles Starlink-Satelliten. Man sieht, dass die also hier dann in den Erdschatten eintauchen. Vielleicht nochmal kurz zum Anfang. ISS kommt vorbei und dann geht es los. Okay, gut, der Rest der Nacht ist nicht so interessant. Was man auch sehen kann ist, wenn so eine Teilflotte von 60 Satelliten ganz frisch gestartet ist und man hat Glück, dass die Bahn ein, zwei Tage nach dem Start über den Beobachtungsort hinweg geht. Und das war der Fall im April. Da hat die Denise eine Aufnahme gemacht. Dieser Strich hier, das sind 60 Satelliten. Also das ist auch eine Aufnahme, die ein paar Sekunden gedauert hat und die waren also so nah beieinander, dass man sie mit dem Auge nicht trennen konnte. Aber man sah, dass es so eine Punktwolke war, die sich gemeinsam über den Himmel bewegt hatte. Es erinnert mich irgendwie so an die Kindervorstellung, dass wenn der Weihnachtsmann mit dem Schlitten und so einem Feuerschweif über den Himmel fährt, so ungefähr war das nur ohne Weihnachtsmann und ohne Schlitten, also nur der Feuerschweif sozusagen. Das war eine sehr eindrucksvolle Sache. Später verteilen sich die Satelliten, also verteilen sich entlang dieser Bahn und dann kommt das raus, was ich vorhin gerade gezeigt habe. Ja, nicht nur wir sehen das. Und dieses Foto ist also ein offiziell von der Internationalen Astronomischen Union publik gemachtes Foto. Das ist also eine Aufnahme mit dem 4-Meter-Teleskop auf dem Cerro Tololo in Chile. Und man sieht also hier insgesamt 29 Spuren hindurchgehen. Oder 23, weiß ich nicht genau. Ja, das ist also eine Aufnahme mit einem großen, durchaus teuren Teleskop. Oder auch der Betrieb dieser Teleskope kostet natürlich auch Geld. Es ist also zu befürchten, dass die großen Teleskope, die also Lichtschmacherobjekte aufnehmen können und sollen, dass die also künftig enorm dadurch gestört werden, weil immer irgendwelche Satelliten langkommen. Die haben dann mal eine Zeit von ein paar, zehn Sekunden oder vielleicht ein paar Minuten, wo man keiner langkommt. Das steht zu befürchten. Hier nochmal eine andere Aufnahme. Eigentlich war das eine Aufnahme gedacht, um diese schwachen Galaxien hier aufzunehmen. Und da marschierten also die Starlink-Satelliten durch. Eine Aufnahme des Lowell Observatoriums aus Arizona. Aber es sind nicht nur die großen Teleskope, auch wir haben, das ist eine Aufnahme, die Herr Fürthig hier mit unserer digitalen Himmelsüberwachung gemacht hat. Hier sind also diese Satelliten gerade auf dem Weg in den Schatten oder kommen da raus. Wahrscheinlich kommen gerade in den Schatten. Die hier sind zu sehen, weil sie auf höheren Bahnen sind. Und die hier sind, also das ist auch eine Aufnahme, die dauert drei Minuten. Und in diesen drei Minuten sind die also hier nacheinander immer so ein bisschen versetzt hier entlang marschiert. Also es ist nicht bloß auf den großen Überwachungsaufnahmen zu sehen, sondern auch auf den tiefen Aufnahmen, wenn man Pech hat. Ja, wir können uns jetzt mal überlegen, wie kommen eigentlich diese Reflexe zustande und diese ganzen Punktketten. Nun, ich hatte schon gesagt, also diese Satelliten werden immer gruppenweise im Satz von 60 Stück mit einer Rakete hochgebracht, dann freigesetzt und bewegen sich dann sozusagen mit dieser Anfangsgeschwindigkeit entlang dieses Orbits und verteilen sich dann langsam dort. Das erzeugt die Ketten. Und da gibt es eine wunderbare Animation auf der Seite Heaven's Abuff. Und man sieht also hier animiert, wie solche Ketten um die Erde kreisen. Also das hier sind alle gegenwärtigen, also Stand heute, 10. Juli, alle gegenwärtigen Starlink-Satelliten. Etwas mehr als 500. Die meisten haben sich schon irgendwie verteilt, aber man sieht, dass manche sich noch nicht so richtig verteilt haben. Hier gibt es immer solche Ketten hintereinander. Und hier haben wir sowas. Also hier kommt sozusagen, das ist jetzt etwas langsamer, aber das wird heute Abend, wenn es dunkel ist, kommt so eine Kette lang. Wenn wir Glück haben, genau über Sonneberg. Und die sind dann weg und nach 90 Minuten kommen die wieder. Da haben wir uns natürlich weiter gedreht mit der Erde, deswegen fliegen die dann an einer anderen Stelle lang. Aber inzwischen kommen dann andere Satelliten. Also wir wollen uns mal vor Augen halten. Die erste Ausbaustufe, 4.400 Satelliten, ist ungefähr das Achtfache von dem. Und das ist noch nicht Ende der Fahnenstange erreicht. Bei 40.000 Satelliten und mehr ist es also dann das Achtzigfache von dem zu erwarten. Ja, also wir wissen, wie die Ketten zustande kommen. Jetzt die Frage der diffusen Reflexionen. Nun, das sind also an verschiedenen Teilen des Satelliten. Und diese direkten, wenn es also so richtig knallig hell wird, wenn so ein Flair auftritt, dann spiegelt sozusagen das Sonnenlicht direkt zu uns an der Unterseite oder an den Solarpaneelen. Es gibt also zwei Konfigurationen oder zwei Ausrichtungszustände der Satelliten. Das eine ist, was da rechts zu sehen ist, Open Book. In 380 Kilometer fliegen die sozusagen so über der Erde. Und da kann es natürlich passieren, wenn die also sozusagen weiterfliegen und die Sonne strahlt von hier, dass dann hier unten das zu uns reflektiert wird. Später dann, wenn sie weiter oben sind, dann ist also praktisch dieser Betriebsmodus. Sie fliegen also so oder auch so um die Erde. Dann kann Ähnliches passieren, aber sie sind eben weiter weg. Aber die Reflexionen können immer noch passieren. Hier ist nochmal dargestellt, das ist also ein offizielles Bild von Starlink, also von SpaceX. Hier ist nochmal praktisch die Position, hier ist der Körper der Satelliten hier, das Solararray in dieser Parkposition. Und nachher hier draußen ist es also so aufgerichtet. Und man versucht natürlich die ganze Sache abzumindern. Auf den Punkt komme ich nochmal, auf die Kooperationsbereitschaft von SpaceX zu sprechen. Das heißt also, dass man in solchen Positionen das hier ein bisschen kippt. Aber es ist klar, die Solarpaneele braucht so ein Satellit natürlich. Er braucht ja Strom, um arbeiten zu können. Das heißt also, man kann die nicht immer so wegdrehen, dass also gar keine Reflexe irgendwie zustande kommen können. Und nachdem die ersten Beschwerden kamen der Astronomen, also insbesondere auch der Fachastronomen, hat man sich zusammengesetzt und hat relativ schnell reagiert und hat einen sogenannten Darksat hochgeschickt. Das ist also die Unterseite eines solchen Satelliten. Und das hier sind die Antennen, die sogenannten Phasenarrays, mit denen man zum Boden kommuniziert. Und die sehen normalerweise so aus. Also eine helle Oberfläche. Und helle Oberflächen oder spiegelnde Oberflächen sind für einen Satelliten eigentlich gut, weil ein Satellit, wenn er Sonnenlicht empfängt und absorbiert, sich aufheizt. Also er kann ja nur Energie wieder abstrahlen. Das ist ja keine Luft, in der durch Konvektion dann irgendwie Wärme weggeht, sondern er kann Energie nur wieder abstrahlen durch Temperatur. Also indem er eine gewisse Temperatur hat. Und deswegen höht man auch Satelliten irgendwie so ein, dass sie eben wenig Strahlung aufnehmen. Das bedeutet, wenn man das also in Satelliten richtig dunkel macht, dann wird er warm und dann besteht also die Gefahr, dass der Computer aussteigt und andere Bauteile. Aber man hat das halt probiert, hier diese hellen Flächen dunkel zu machen, aber das hat wohl nicht so richtig gut funktioniert und hat Probleme gegeben. Stattdessen gibt es jetzt die Lösung, die vorgeschlagen ist, sogenannte Visoren. Das sind solche Klappen, also praktisch schwarze Klappen, die hier bewegt werden können und die immer so gestellt werden sollen, dass wenn das Sonnenlicht kommt, dass das Sonnenlicht halt nicht auf diese hellen Flächen fällt. Das heißt, die sind schwarz, die dürfen sich auch aufheizen. Also strahlen dann diffus im Infraroten, also nicht weiter problematisch. Und die empfindlichen Teile hier, die also etwas zurückstrahlen könnten, die liegen im Schatten sozusagen. Das ist eine ziemlich komplizierte Geometrie, weil man das ja permanent regeln muss, wenn der Satellit die Erde umkreist und sich also der Winkel zur Sonne permanent ändert. Okay, nach diesen Beschwerden der Astronomen zeigte sich SpaceX also wirklich kooperativ. Man hat sich zusammengesetzt, insbesondere mit der amerikanischen Astronomischen Gesellschaft, mit der American Astronomic Society und hat versucht, irgendwie Lösungen zu finden. Am Ende gab es also diese beiden Versprechen. Also die meisten Satelliten, die sollten also innerhalb einer Woche nicht mehr für das bloße Auge sichtbar sein. Also eine Woche nach dem Start sollte das weg sein, sollten sie weg sein und nicht mehr stören. Unser Ziel ist es, die Starlink-Satelliten Magnitude 7 oder besser zu bekommen. Das heißt also, Magnitude 7, dann sind sie fürs bloße Auge nicht mehr zu sehen. Auch im Hochgebirge hätte man dann Schwierigkeiten, sie zu sehen. Oder besser bedeutet nicht oder heller, sondern natürlich oder schwächer. Ja, und die Frage ist, kann man diesen Versprechen Glauben schenken? Passiert das wirklich so? Also, ich persönlich bin da etwas skeptisch, aber man muss sehen, wie sich das weiterentwickelt. Man kann es sowieso nur sehen, wir haben ja keinen Einfluss direkt darauf. Ja, so sieht beispielsweise ein Diagramm aus für Starlink, die achte Teilflotte, die gestartet ist. Aufgetragen ist hier die Bahnhöhe und hier auf der Achse die Zeit in Tagen seit Start. Das heißt, sie werden hochgebracht, hier auf 390 Kilometer Höhe, werden dort ausgesetzt. Und da passiert erstmal nichts und man sieht, dass sie also so langsam herunterfallen. Was klar ist, weil sie sich, sie bewegen sich, sie stoßen mit den Restmolekülen der Erdatmosphäre zusammen, werden dadurch gebremst und spiralen sozusagen runter. Und hier an diesem Teil, an dieser Stelle, also nach praktisch dreieinhalb Tagen ungefähr, zünden also für einen gewissen Teil dieser Satelliten die Triebwerke und die werden also hochgebracht auf die Parkposition von 380 Kilometer. Die Zeit von hier bis hier sind also ungefähr zwei Wochen. Und hier entsprechend den Rest der Flotte. So schnell geht das und man vergleicht es also mit dieser versprochenen eine Woche. Aber gut, wollen wir jetzt nicht pingelig sein. Wenn das so hier hochgeht und dann auch in die 550 Kilometer Höhe recht schnell geht, dann sind sie natürlich als bald weg. Wobei, wenn das wirklich mal ausgebaut ist, auf den Punkt kommen wir noch, wie viele Satelliten dann trotzdem immer sehr hell zu sehen sind. Ja, und so sieht dieses Netzwerk aus. Die Animation habe ich schon gezeigt, also das ist hier die Quelle, heaventhebuff.com, also eine super Webseite, die also sich auf das Wesentliche konzentriert, ohne Schnürkel, aber wirklich die Information ist sehr gut aufbereitet. Und hier sieht man also praktisch diese Ketten von Satelliten um den Globus verteilt und die Polregion hier ist frei, weil eben die Bahnneigungen bloß bis 60 Grad gehen und entsprechend der Südpol auch, den sieht man hier nicht, ist hier nicht dargestellt. So verteilen sich dann mal ein paar tausend Satelliten. Ich will mal noch Folgendes zeigen in der Animation. Und zwar gibt es von der ESO noch eine Animation. Und zwar ist das hier eine Berechnung, welche Satelliten, also das ist, wenn ungefähr 10.000, 12.000 Satelliten von Starlink im Orbit sind, für die Station Brüssel. Also 50 Grad nördliche Breite ist ungefähr so wie Sonneberg, 50,4, also trifft für Deutschland irgendwie ganz gut zu. Was sehen wir hier? Wir sehen einmal den aktuellen Himmel über Brüssel. Das, was hier grau oder schwarz eingefärbt sind, sind unbeleuchtete Satelliten. Das, was gelb ist, sind beleuchtete Satelliten. Je größer der Kreis ist, umso heller ist der Satellit, je kleiner, umso schwächer. Abhängig von der Entfernung beispielsweise. Was sieht man hier? Hier sieht man immer, es geht 18 Uhr los. Da sind viele beleuchtet und die verschwinden dann alle in den Schatten. Jetzt haben wir es Mitternacht und die Sonne kommt wieder von der Seite. Man sieht das richtig, beleuchtet nach und nach die Satelliten. Und dann geht das wieder von vorn los. So, hier ist das auch nochmal in eine andere Richtung dargestellt. In diesem Diagramm hier sieht man, wie viele Satelliten, also bis zu 150, in einer entsprechenden Höhe sind. Also das ist praktisch immer so Höhenbereiche. Also 90 Grad wäre der Zenit, 0 Grad ist der Horizont. Also die meisten sind am Horizont. 150 bis 200 Satelliten tummeln sich in der Nähe des Horizonts. Man sieht das ja auch hier. Und hier sind sie nochmal eingeblendet mit den Helligkeiten. Also durchaus gibt es Satelliten, die also hier zweite, erste Größe werden. Also tief in der Nacht sind sie weit weg und schlecht beleuchtet, dann werden sie hell. Das hier ist zur Zeit der Äquinoxien, also der Tag- und Nachtgleichen. Also praktisch Frühlingsanfang und Herbstanfang. Ja, die nächste Animation zeigt die Situation, machen wir erstmal den Winter. Im Winter ist die Situation besser. Da haben wir also eine Zeit, wo praktisch alle Satelliten für ein paar Stunden im Schatten sind. So wie ich das vorhin in dieser geometrischen Darstellung auch schon angedeutet habe. Also praktisch, abends sind halt viele zu sehen während der Dämmerung, aber dann kommt rasch der Erdschatten. Wir sind dann tief im Erdschatten drin. Praktisch alle Satelliten sind nicht mehr beleuchtet. Wir können beobachten, wir haben keine Streifen mehr im Bild. Aber schon, ja, gegen drei Uhr in der Nacht geht das also wieder los mit den Satelliten. Und sie werden auch ordentlich hell, man sieht das hier. So, im Sommer, da haben wir nur sozusagen in Richtung Süden einige Satelliten, die im Schatten sind. Ansonsten die ganze Nacht sind also Satelliten zu sehen. Man wird also praktisch immer Satelliten sehen können dann, zum Sommersanfang. Okay, das für 10.000 bis 12.000 Satelliten ungefähr. Ja, fairerweise muss man sagen, dass Starlink mit diesen Ambitionen nicht allein ist. Es gibt weitere sogenannte Mega-Konstellationen, also Mega bedeutet ja Million, da steht uns noch was bevor. Aber man bezeichnet also solche Satellitenflotten, wo also viele Satelliten einem gleichen Zweck dienen und praktisch baugleich sind als eine Mega-Konstellation. Es gibt OneWeb, gegründet von Greg Weiler, ein Amerikaner, der mit den Briten da irgendwie die Briten überzeugt hat, eben Geld zu geben. Da sind irgendwie 74 Satelliten gestartet, 648 waren zunächst geplant. Das ganze Netzwerk soll mal 48.000 Satelliten umfassen, habe ich gelesen. Also das geht auch ein bisschen immer auseinander, je nachdem, wo man die Information herbekommt im Netz. OneWeb war im März diesen Jahres zunächst bankrott, aber ganz neu, es gibt seit einigen Tagen neue Investoren, seit einer Woche, die wollen das offenbar wieder zum Leben erwecken und ausbauen. Gut, wenn ein reicher Enthusiast da ist, so etwas zu machen, also wie Elon Musk, dann ist natürlich ein anderer nicht weit weg. Jeff Bezos beispielsweise, also der Besitzer von Amazon, der plant das Kuiper-Satellitennetzwerk. Da sind also nur etwas mehr als 3.000 Satelliten geplant und auch auf höheren Bahnen. Aber Samsung plant, Boeing plant, China, ein System mit 300 Satelliten. Und interessanterweise, habe ich gelesen, die US-Behörde, die also die Sendefrequenzen vergeben muss, mit denen also die Satelliten mit der Erde kommunizieren, hat also bis Mai 2020 schon mal für 78.000 Satelliten die entsprechenden Erlaubnisse erteilt. Also man muss ja dann sehr schmalbandig senden und empfangen, damit die sich nicht gegenseitig in die Quere kommen. Sonst funktioniert das nicht. Okay, so viel zum Thema Starlink und was uns als Astronomen, als Beobachter des Himmels daran stört und bewegt und was uns vielleicht erwartet. Aber es gibt eben noch einen anderen Punkt, auf den ich aufmerksam machen möchte. Und zwar, die Starlink-Satelliten sind natürlich nicht allein dort oben in diesen Bahnen in 380 und 550 Kilometer Höhe. Es bewegen sich, also die bewegen sich die meisten dann mal dort, aber in diesem Bereich kreisen ja auch hunderte andere Satelliten. Also insbesondere die meisten so dann bis 800 Kilometer Höhe. Aber nehmen wir beispielsweise die ISS, die treibt sich bei 400 Kilometer Höhe rum, ist in der Nähe der 380 Kilometer. Das Hubble Space Teleskop ist bei 550, 600 Kilometer Höhe. Alles diese Region. Ja, natürlich ist den Konstrukteuren oder den Verantwortlichen bewusst, dass man etwas tun muss, um Kollisionen zu vermeiden. Und die beste Kollisionsvermeidung ist natürlich, keinen weiteren Satelliten hochzuschicken, das ist klar. Aber die Idee ist, dass also solche Zusammenstöße durch aktive Regelungen vermieden werden sollen. Man muss dazu sagen, dass also die Amerikaner und die anderen führenden Raumfahrtnationen ziemlich genau Buch führen über das, was da oben die Erde umkreist. Also es gibt da Verzeichnisse über die Satelliten und über ausgebrannte Raketenstufen und so weiter. Da ist also alles irgendwie größere und auch kleinere verzeichnet. Das geht runter bis ungefähr 5 bis 10 Zentimeter Größe. Das ist dann halt irgendwie Weltrahm-Schrott. Man kann also, wenn man diese Teile überwacht, vorausberechnen, aha, zu einer gewissen Zeit kommt einem ein gewisses Teil irgendwie relativ nahe, mach mal lieber ein Manöver. Und so ein Manöver heißt dann eigentlich, dass also das Triebwerk gezündet wird, also viel zeitiger. Es ist nicht so, aha, da kommt was und jetzt weiche ich mal irgendwie aus, sondern man muss also manchmal etliche Bahnen vorher den Satelliten ein bisschen anheben oder ein bisschen absenken. Und wenn man einen Satelliten absenkt, dann dreht er sich natürlich schneller um die Erde. Das heißt, er ist an der kritischen Position etwas eher, bevor sozusagen das andere Stück kommt. und wenn man ihn anhebt, dann ist er langsamer. Das heißt also, die Gefahr fliegt vorbei und erst dann kommt der Satellit. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Ja, und es gibt dann natürlich auch noch den Weltraummüll kleinerer Größen. Also alles, was unter 10 Zentimeter ist, 5 Zentimeter, 1 Zentimeter, da gibt es eine Abschätzung. Wir kommen auf den Punkt nochmal genauer zurück. Ja, und die Frage ist, bleibt dieses ganze System stabil? Man muss also ständig sozusagen das überwachen und gegenseitig ausregeln. Und je mehr das werden, umso komplizierter wird das. Man kann sich überlegen, dass die Zahl der Begegnungen oder der Zusammenstöße quadratisch wächst. Also wenn wir, jetzt brauche ich die Tafel, wenn wir zwei Satelliten haben, wie viele mögliche Begegnungen sind es? Es ist eine Begegnung. Haben wir drei Satelliten? Dann gibt es schon drei. Haben wir vier Satelliten? Dann gibt es schon sechs Möglichkeiten. Haben wir fünf Satelliten? Dann gibt es schon zehn Möglichkeiten und so weiter. Und das steigt also quadratisch an. Also wenn man die Zahl der Satelliten, jetzt haben wir also 500 und dann verachtzigfacht, dann haben wir also schon fast 10.000 Möglichkeiten, dass sich also nur die Starlink-Satelliten irgendwie gegenseitig ausweichen müssen. Von anderen mal ganz zu schweigen. Ja, und man bedenke auch, dass die Relativgeschwindigkeiten im Durchschnitt ungefähr zwölf Kilometer pro Sekunde sind. Die typischen Bahngeschwindigkeiten sind acht Kilometer pro Sekunde. Und im Extremfall kommen sich also zwei Satelliten entgegen. Dann haben wir eine Relativgeschwindigkeit von 16 Kilometer pro Sekunde. Oder einer holt den anderen ein, dann kann es natürlich auch viel geringer sein. Aber im Durchschnitt sind es ungefähr zwölf Kilometer pro Sekunde. Nicht pro Stunde, sondern pro Sekunde. Vergangenes Jahr habe ich an der Sternwarte in Suhl einen schönen Vortrag gehört von Carsten Wiedemann von der TU Braunschweig, der sich also mit dem Problem des Space Debris, also des Weltraummülls befasst. Und der hat also Material ausgeteilt und da habe ich also einiges entnommen. Und der ist folgendes zum Beispiel. Also Objekte im erdnahen Bereich, ja, Neo-Bereich, also einige 100 bis 1500 Kilometer Höhe, gibt es also ungefähr 24.000 Objekte größer als einen Meter. Die sind alle katalogisiert, die sind alle überwacht. Darunter finden sich natürlich auch Spionagesatelliten. Die stehen in den Katalogen nicht drin oder nur in gewissen Katalogen. Die sind natürlich auch beleuchtet von der Sonne. Und ja, dann gibt es ja kleinere Teile bis 10 Zentimeter, 34.000 ist noch nicht so aufregend, aber dann wird es mehr. Also größer als 5 Zentimeter sind schon 70.000, also praktisch zwischen 5 und 10 Zentimeter verdoppelt sich das schon mal. 1 Zentimeter oder größer bis 5 Zentimeter Größe sind es schon fast eine Million. Ja, bei Millimeter sind wir schon bei über 100 Millionen und noch kleiner, ein Zehntel Millimeter, dann sind es schon Millionen. Also unwahrscheinlich viel. Das ist praktisch, ja, wie Sandkörner, die da so rumfliegen. Ja, es gibt in der Raumfahrt zwei historische Kollisionen bis jetzt, und zwar 2007 haben die Chinesen einen ihrer eigenen Satelliten mit einer Rakete abgeschossen und das hat also die Zahl der gesamten Bruchstücke schlagartig um 30 Prozent erhöht in dem Bereich. Und dann gab es einen Vorfall 2009, zwei Kommunikationssatelliten, ein russischer und einer aus diesem Iridium-Netzwerk. Da hatte man ein paar Tage vorher eine Warnung, dass sie sich sehr nahe kommen könnten und dann war klar, dass sie sich noch näher kommen könnten und auf einmal verstummte Iridium-33. Wenige Stunden später hat man dann gesehen, hoppla, es gibt also auf den ehemaligen Bahnen von Kosmos und Iridium große Trümmerwolken, also ganz viele Teile, also ein paar hundert Teile sind da jetzt. Also die hat es wirklich sehr zentral getroffen und die hat es zerlegt. Man muss auch beachten, dass bei so einer Kollision 12 Kilometer pro Sekunde, so sausen die aufeinander, da ist also die kinetische Energie und der Impuls in der Richtung so groß, dass die also sozusagen einander durchmarschieren. Also das verdampft so ein Plasma, kühlt sich natürlich sofort wieder ab und diese Teilchen, die streut es dann weiter und die bewegen sich im Wesentlichen auf den alten Bahnen weiter. Ja und interessanterweise, und auf den Punkt komme ich gleich nochmal genauer zurück, hat also der Herr Wiedemann auch erzählt, so Diagramme gezeigt, so Teilchendichten, also wie viele Teilchen einer gewissen Größe findet man in einem gewissen Volumen um die Erde. Ich habe jetzt mal hier 550 Kilometer Höhe rausgegriffen, da sind es ungefähr zweimal 10 hoch minus 7 Teilchen pro Kubikkilometer. Wie muss man sich das vorstellen, wenn wir da mal das Rezipro gebilden, sind also in 5 Millionen Kubikkilometern, ist also ein Teilchen zu finden, größer als 1 Zentimeter. 5 Millionen Kubikkilometer. Eine Million Kubikkilometer ist ein Würfel von 100 mal 100 mal 100 Kilometer Größe und davon 5 Stück. Also schon was Riesiges und da befindet sich ein Teilchen größer als 1 Zentimeter. Ist eigentlich nicht so aufregend, aber man kann jetzt mal eine einfache statistische Abschätzung machen. So ein Starlink-Satellit, der also sich so um die Erde bewegt, der hat also einen Querschnitt sozusagen, der bewegt sich mal so um die Erde oder auch mal so, je nachdem wie der Sonnenstand ist, also im Durchschnitt irgendwie so schräg um die Erde. Das heißt also, diese Fläche hier schätzen wir mal mit 10 Quadratmetern ab. Also mal ist es mehr effektiv, wenn er also so fliegt, mal ist es etwas weniger, wenn es so fliegt. Sagen wir mal 10 Quadratmeter. Und das bedeutet, wenn ich das ausrechne, sozusagen eine Fläche von 10 Quadratmetern, einen Umlauf um die Erde rum, also 2 Pi mal Radius, da komme ich auf ein Volumen sozusagen, was er leer fegt, auf einer Umkreisung um die Erde, komme ich auf ungefähr 4 mal 10 hoch 8 Kubikmeter. Also praktisch ein 2,5 Kubikkilometer. Pro Tag absolviert so ein Satellit in dieser Höhe, 550 Kilometer, ungefähr 15 Umläufe. Das heißt also 15 mal dieses Volumen gibt ungefähr 6 Kubikkilometer. Und das bedeutet, mit dieser Dichte, die ich gerade genannt habe, von 2 mal 10 hoch minus 7 Körper pro Kubikkilometer, dass er 10 hoch minus 6 Kollisionen pro Tag hat. Und das bedeutet, wenn man das umrechnet, das heißt also statistisch gesehen, stößt ein solcher Satellit nach 2700 Jahren, wenn alles so bleiben würde, mal mit so einem Ding zusammen, statistisch gesehen. Okay, dann haben wir aber nicht bloß einen Satelliten, sondern wir haben irgendwann mal 40.000 dieser Satelliten. Das bedeutet, 40.000 Satelliten kollidieren, also von diesen kollidieren 15 pro Jahr mit einem solchen Teilchen. Kann man aus diesen Zahlen ausrechnen. So, und wenn natürlich einer getroffen wird an empfindlicher Stelle, also wenn es, sagen wir mal, ein kleineres Teilchen ist, wirklich ein Zentimeter groß, und das marschiert durch die Sonnenpaddel, okay, da ist halt ein Loch drin. Schlimmstenfalls fällt irgendein Segment aus und gibt kein Strom mehr. Aber wenn das irgendwie mit dem Basiskörper des Satelliten kollidiert, da ist dann Schluss dort. Das heißt, dann ist auch die Frage, ist der dann noch überhaupt steuerbar, wenn das irgendwie da durchmarschiert. Ja, solche Kollisionen sind statistisch gesehen unvermeidlich. Man nennt das das sogenannte Kessler-Syndrom. Donald Kessler war ein NASA-Mitarbeiter, der in den 70er Jahren sich mit sogenannten Fragmentationsprozessen im Asteroidengürtel befasst hat, also mit Prozessen, wie also dort Klumpen von Asteroiden auseinanderfallen oder zusammenpappen. Und er warnte davor, 78 in einem Paper, dass also die Raumfahrt in Probleme käme, wenn also weiterhin viele Teilchen da oben zusammenstoßen, insbesondere kleinere Teilchen, die also praktisch wie eine Sandwolke die Erde umkreisen. und empfahl deshalb, man sollte also die Satelliten, solange sie noch groß sind, dort belassen und sie nicht irgendwie sprengen oder so etwas. Es ist ja so, wenn ein Körper relativ groß ist und sich um die Erde bewegt, dann ist das Verhältnis zwischen Bremskraft und Trägheitskraft eine andere, also eine viel geringere, als wenn ein kleiner Körper sozusagen viel, viel leichter ist und durch die Erdatmosphäre gebremst wird. Weil die Bremswirkung geht mit der Fläche des Körpers, also praktisch, wenn das so gebremst wird, ist die Fläche entscheidend, aber die Trägheit geht natürlich mit dem Volumen oder mit der Masse und der Dichte. Und das ist bei kompakten Körpern natürlich besser, das heißt, sie werden nicht so schnell gebremst und kleinere Körper werden schneller gebremst und stürzen wieder runter. Deswegen könnte man versucht sein zu denken, okay, wenn wir ein Satelliten nicht mehr brauchen, sprengen wir ihn und diese vielen kleinen Teilchen, die werden dann viel schneller zur Erde zurückgelangen und verglühen dann halt. Aber das werden dann halt immer mehr Trümmerwolken und diese immer größeren Trümmerwolken, immer mehr und mehr, die kollidieren natürlich dann mit den noch intakten Satelliten. Ja, letzten Endes ist das ein nicht aufhaltsamer Prozess, es sei denn, uns gelingt es irgendwie, diese ganzen Trümmer irgendwie wegzuräumen. Aber bei großen Satelliten gibt es natürlich Vorhaben und Ideen, aber so eine Sandwolke, die um die Erde fliegt, wie will man die wegräumen? Da kann man nur warten. Ja, also es verglüht in die Erdatmosphäre und dauert je nach Bahnhöhe ein paar Tage bis Jahrtausende. Und jetzt, ich habe das einfach mal hingeschrieben, etwas provokant, droht uns in absehbarer Zeit, sagen wir mal in 10 oder in 20 Jahren, das Ende der Raumfahrt in erdnahen Raum und damit auch der bewandte Raumfahrt. Also ich denke, deutlich wird das irgendwann mal werden, wenn der erste große Crash mit der ISS mal passiert. Und der wird passieren. Es sei denn, man entschließt sich, die ISS vorher irgendwie zum Absturz zu bringen. Wäre auch denkbar, dann ist sie nicht mehr da. Aber wenn da mal was ist, und man, ich meine, es ist jetzt schon so, dass die ISS immer mal Manöver fahren, fliegen muss, anheben, absenken, um also einem bekannten Teil auszuweichen. Aber irgendwann kommt mal ein Teil zentimeter groß und schlägt irgendwo in eine kritische Stelle ein. Das ist statistisch möglich. Ja, ein anderer interessanter Punkt, über den habe ich noch gar nichts gelesen, muss ich gestehen, ist, wo verglühen eigentlich die verbrauchten Satelliten? Die Betriebszeit ist irgendwie so 5 Jahre angegeben, lassen wir es mal 10 Jahre sein. Und wenn man also ein Satellitennetzwerk von 40.000 Satelliten betreiben will, also permanent betreiben will, und die nur so eine Betriebszeit haben, das heißt also, müssen pro Jahr 4.000 bis 8.000 Satelliten nachgeliefert werden. Nun, das Nachliefern kann man machen, man startet also immer wieder Raketen, die also 60 oder meinetwegen 400 Satelliten in einem Stück dabei haben, und man füllt das sozusagen immer auch mit modernerer Technik auf. Das ist eigentlich keine schlechte Idee, die Elektronik entwickelt sich weiter, die Möglichkeiten der Computer werden besser, auch die im Orbit, und so kann man also immer mit neuer Technik für immer ein besseres Netzwerk sorgen. Eigentlich keine schlechte Idee. Aber man muss dann auch die alten wieder entsorgen. Und das bedeutet auch, dass also pro Woche dann irgendwie, ja, um die 100 plus minus Satelliten zum Absturz gebracht werden müssen, pro Woche. Also 15 bis 20 pro Tag, oder bis 30 pro Tag. Und die Frage, wo stürzen die dann ab? Es ist ein Versprechen von Starlink, von SpaceX, dass die Satelliten so gebaut sind, und dass also nichts übrig bleibt, dass er nichts auf den Boden fällt, aber schauen wir mal. Wenn der Satellit noch genügend Treibstoff hat, um noch zu manövrieren, dann kann man sich auch vorstellen, okay, der wird so zum Absturz gebracht, dass er über den Ozeanen, meinetwegen über den Pazifik runterkommt, und dort verglüht, wo niemand weiter wohnt, und dass er auf dem Schiff fällt, ist also sehr unwahrscheinlich. Wenn das aber irgendwo passiert, also wie gesagt, ich habe darüber nichts gelesen irgendwo, wenn der Absturz irgendwo ist, dann ist statistisch gesehen, weil Deutschland hat ungefähr ein tausendster Fläche der Erdoberfläche, dann haben wir also fünf bis zehn Absturze pro Jahr über Deutschland zu sehen. Gibt bestimmt interessante Feuerkugeln, und vielleicht fällt ja auch mal was runter, müssen wir mal sehen. Es wird spannend jedenfalls. Damit bin ich eigentlich am Ende meines Vortrages angelangt, ich möchte noch mal kurz zusammenfassen und hier meine Meinung kundtun, man mag das anders sehen. Also zunächst einmal ist das natürlich ein ambitioniertes Hightech-Projekt, gar keine Frage. Also so etwas zu konzipieren und auch durchzuführen, das ist schon eine Leistung, keine Frage, und ich bin also auch durchaus technikaffin, ist schon eine tolle Sache eigentlich, aber meine Vermutung ist, dass es eigentlich gar nicht so sehr darum geht, Internet weltweit verfügbar zu machen, als vielmehr Business-Datenübertragungen schnell zu machen. Und SpaceX wirbt auch damit, dass also die Datenübertragungszeit zwischen den Börsen in Frankfurt, in London und in New York, die bisher als schnellstes über Glasfaserkabel, sozusagen durch den Atlantik, in 40, 45 Millisekunden ist, also die Latenzzeit. Wenn man jetzt über die Satelliten geht, das ist ja jedes Mal mit Lichtgeschwindigkeit zum Satelliten und von Funkwellen, das ist auch Lichtgeschwindigkeit, gut, ein bisschen gebremst durch die Erdrinmosphäre, aber das vernachlässigen wir mal, und dann außen das Weiterrouten ist jetzt nicht der kürzeste Weg, aber eben doch so schnell, dass das also ungefähr nur noch 20 bis 25 Millisekunden dauert. Also der Unterschied sind 15 bis 20 Millisekunden, sagen wir mal. Und das ist für uns natürlich, interessiert mich eigentlich nicht, wenn ich eine Internetverbindung habe, habe ich sie halt, aber für Börsengeschäfte und solche Sachen ist das natürlich 20 Millisekunden. 20 Millisekunden, das ist ein Vermögen, was man da gewinnen kann oder verlieren kann. Also ich glaube, dass also der eigentliche Auslöder, die eigentliche Idee dahinter ist, diese Datenübertragung schneller zu machen und das geht natürlich, wenn man das über Satelliten machen will, nur mit einem Netzwerk, was also niedrig fliegt, sonst geht das nicht. Wenn die Satelliten höher sind, dann dauert es ja wieder länger. Man muss also ein niedrig fliegendes Satellitennetzwerk haben und die Satelliten können ja nicht stehen bleiben, das heißt, sie müssen sich bewegen. Und damit immer Satelliten verfügbar sind, brauche ich ein solches dichtes Netzwerk. Ja, vielleicht, da gibt es nur andeutungsweise bis jetzt etwas, ist auch die Idee einer vorwiegenden oder einer bevorzugenden militärischen Nutzung. Da kann ich nur zu sagen, der erste Test zwischen einer Datenübertragung war also mit der Air Force. Also die mischen da auch mit. Ja, und dann denke ich, dass also dieses ganze Netzwerk oder die anderen also zu einer deutlichen Erhöhung der Gefahr der Unbrauchbarkeit des erdnahen Weltalls mit sich bringt, wenn das wirklich kommt. Und da geht was schief in dieser aktiven Regelung. Wenn das erst mal vorbei ist und da zu viele Satelliten zusammengestoßen sind, dann ist es da zu spät. Dann kann man auch die, die da noch fliegen, nicht mehr retten, weil von einem einzelnen Satelliten, da kann ich ausweichen. Oder auch von mehreren, aber von einer Sandwolke, die also Kilometer groß ist und alle 90 Minuten vorbeikommt. Da kann ich nicht mehr ausweichen. Also das ist wirklich die Gefahr. Und ja, man mag sich fragen, dürfen die denn das, solange die entsprechenden nationalen Behörden denen eine Stadterlaubnis erteilen, dann dürfen sie das natürlich. Also es gibt da keine internationalen Abmachungen, dass man sagt, also diesen Segment im Weltall begrenzen wir auf so und so viele Satelliten und wer zuerst kommt, mal zuerst oder so etwas, gibt es nicht. Aber vielleicht gibt es ja dann, wenn erst mal alles klipperkleingeschlagen worden ist. In diesem Sinne, vielen Dank, schönen Abend. Applaus Applaus Applaus